Ein sehr schlankes und wenig sagendes, aber durstlöschendes Vollbier. Österreichisches. Auf der anderen Seite das spezielle Spezialbier. Das war sehr speziell. Sehr speziell. Oh, war das speziell. Haben wir auch schon gekostet. Nämlich einen doppelten Doppelbock. Den haben wir geschossen. Stimmt. Schnick. Okay. Jetzt kommen wir bab vomit. Austattet. Keine weit.